Tenant möchte Ihnen die S10, eine handgeführte, kompakte, industrielle Kehrmaschine, vorstellen. Ihr kompaktes Design erlaubt dem Bediener, freie Flächen und enge Lagerbereiche effizient zu reinigen. Durch die Kombination aus Walzenbürste und Seitenbesen haben Sie eine Kehrbreite von 86 cm. Der Hochleistungskehrgutbehälter kann bis zu 70 kg bzw. 80 Liter Kehrgut aufnehmen. Diese handgeführte Kehrsaugmaschine ist mit einem robusten Stahlfahrwerk ausgestattet und besteht aus einem Stoßfänger, der die Maschine und ihre Geräte schützt, sowie den einstellbaren Seitenbesen. Der Hochleistungskehrgutbehälter ist mit einem Thermosentry, einer Hitzewarnanlage, ausgestattet, der die Luftaufnahme stoppt, damit der Kehrgutbehälter nicht in Brand gerät. Ein Hochleistungsstaubfilter, der mit einem automatischen Abrüttelsystem für den Filter verbunden ist. Eine 66 cm breite Walzenbürste, die werkzeuglos entfernt werden kann und eine Vakuumturbine, die Staub bis zu 3 Mikronen einfangen kann. Zusätzlich ein eingebautes Batterieladegerät, durch das die S10 autonom arbeiten und überall aufgeladen werden kann. In der Arbeitsposition haben Sie Zugriff auf die Hauptsteuerung und Einstellungen. Parkbremse, Anheben und Absenken der Hauptbürste, ergonomischer Griff für variable Geschwindigkeiten, vorwärts und rückwärts, der auf maximale Bedienfreundlichkeit und Steuerung ausgelegt ist und gute Wendigkeit in alle Richtungen erlaubt. Dank des Griffes, durch den der Kehrgutbehälter leicht angehoben werden kann, ist das Entleeren von Abfall einfach und mühelos. Durch die einfache Steuerung und solide Konstruktion kann die S10 handgeführte Kehrsaugmaschine dabei helfen, die Sauberkeit und Sicherheit in Ihrer Einrichtung zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017